Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Todesboten. Ja, und ich spiele mit den Perks Korrupte Interventionen, das Beste kommt zum Schluss, Stromstoß und Geißerhaken Schmerzens Echo. Mal schauen, wie ich mich schlagen werde. Ich glaube, es ist schon fast ein Jahr her, seit ich zuletzt den Todesboten gespielt habe. Mal schauen, Präzisionskiller. Okay, da hinten habe ich schon mal die erste gesehen. Oh, hallo. Schade. Aber gut, dann nehme ich das schon mal raus. Okay, da. Ich habe die Palette getroffen, oder? Okay, ich habe zwei Addons dabei. Einmal, dass ich schneller nachlade. Zum einen. Und zum anderen habe ich mit dabei, dass Überlebende länger brauchen, um sich von der Kette loszureißen. Ach, komm schon. Okay, vielleicht. Nein, das ist nicht möglich. Schade. Ich glaube, ich kann ihn hier erwischen, aber vielleicht nicht ich. Sehr schön. Ausgewogene Landung hat sie. Ich habe auch kein Geräusch gehört, als sie aufgekommen ist. Schade. Ah, okay. Ich glaube, dort hinten reparieren sie auch weiter. Habe ich dich? Komm her. So, einmal. Okay, Yuichi. Witz zu wissen. Was? Das ging nicht drauf. Okay. So. Schade. Ja, ich dachte es mir, dass da noch jemand ist. Was? Schade. Ah, was mache ich nur? Wieso kam der Schuss zu spät, das draus? Boah, ich glaube, ich hätte ihn schon zweimal schnappen können, ne? Aber, ich bin gerade auch nicht auf der Höhe. Okay. Habe ich dich? Komm her. Habe ich dich? So, einmal in der Schuss saß. Okay, Wildpferd hast du. Da haben wir aber auch einen Geisterhaken. Das ist mein erster Haken jetzt, ne? Mein Pirkbild ist halt auch eher hakenorientiert. Oder downorientiert. Mit einem Killer, mit dem ich halt nicht ganz so sicher bin. Vielleicht nicht unbedingt meine beste Wahl, aber auf der anderen Seite. Ich muss ja auch irgendwas mitnehmen. So, das hier nehme ich schnell raus. Wir haben den Gen. Wir haben die drei Gents dort. Okay. Der wurde gerettet. Dort hinten, die Nia. So, perfekt. Einmal. Okay. Ich hoffe, ich... erwüsche den... Wie heißt denn? Den Yuichi nicht nochmal. Der ist meine Besessenheit. Dann behalte ich nämlich meine ganzen Zeichen. Du kommst jetzt auch dort hinten an den Haken. Irgendwann mehrere Leute sind verwundet und noch nicht geheilt. So, das sollte den Generator dort oben auch nochmal zurücksetzen. Hepp. Yuichi ist geheilt. Okay. Okay. Ich würde versuchen, vielleicht nochmal diese Wand hier rauszunehmen, weil die nur nervt. So. Okay. Dort oben ist auch niemand. Ja, die sind hier unten. Die waren hier unten. Ich trete kurz gegen. So. So. Gut. Wenn sie das machen, ist auch nicht so... Ja. Ich würde halt schon gerne die hier oben vielleicht irgendwie halten. so. Schön ausgewichen und angetäuscht. So. Ich gehe eher nach. Bei Yuichi verliere ich nur Zeichen. So. So. Da habe ich dich. Wunderbar. Dank des Errons kamen sie nicht so gut frei. Und ich nehme dich jetzt mit. Hier oben an den Haken. Ja. Ist ein bisschen fies, dass ich wieder auf sie gegangen bin auf der anderen Seite. Sie war halt jetzt auch geheilt. Und hatte damit jetzt sozusagen auch eine normale Jagd. Hepp. Der Jhin geht wieder zurück. Schade. Ich kann dich da treffen, meine Liebe. So. Das ist kein Problem. Ich habe dich einfach verwundet. Hallo ihr alle. Einmal. So. Der macht gut Vorsprung. Gut ausgewichen. Okay. Vielleicht erwische ich die hier oben. Ja. Hallo. Uh. Du bist dazwischen gekommen. Sehr schön gemacht. Ah. Okay. Harte Nehmen. Oh. Gut gezündet. Oh. Das hätte nicht passieren dürfen. Okay. Jetzt zerstöre ich. Im Moment sind zum Glück alle verwundet. Aber. Mal schauen wie wir das zusammen bekommen. Ich schaue mir nochmal die Jens hier unten an. Mal sehen. Da ist niemand. Hier ist niemand. Hier oben. Hallo Nia. Ja. Schade. Gut ausgewichen. Wenn ich dich habe, dann bist du tot. Schade. So. Okay, schaffen wir das wieder? Nein! Ich hätte schlagen sollen. Okay. So. Komm schon, ich brauche jetzt den Kill. Du, das Bote. Tu doch nicht so was mit mir. So, du kommst schnell mit. Und hier sind wir an den Haken. Okay, sie ist raus. Ja, den Gen haben sie jetzt. Sie versuchen nicht zu blocken. Oh, es ist so übel, dass sie auch den Gen jetzt haben. Oh, ich wollte nicht aimen. Naja. Dort oben haben wir Yuichi. So. Wunderbar. Okay. Tried. Ja, die machen das gut. Aber ich konnte euch halt einfach kostenlos verbunden. Schön ausgewichen. Dwight hat sich nicht genesen. So, wie es aussieht. Schön gemacht. Hier unten irgendwo, ne? Hä, warum hat Dennis sich nicht... Na, wer weiß. Ich nehme den Haken hier direkt. Und tap. So, zerstört das hier. Uff, Todesboot, oder? Das ging auch nicht. Na los, komm her. Ja. So, und ich kipp dir jetzt am Hintern. Na los. Hab ich dich. Ihr heilt euch direkt? Nein. Okay. Keine Ahnung, wo die sind. Wahrscheinlich auf dem direkten Wege zum Tor. Wir haben immerhin jetzt den Yuichi. Mit Wildpferd. Das war ein Täusch, den der wollte. Vor allem auch hier oben. So, jetzt kriegt er direkt einen Bonus auf sein Wildpferd. Aber ich sollte... ...den Haken schaffen. Hepp. Okay. Das ist jetzt so die Sache. Was mache ich jetzt am besten? Am besten verteidige ich halt den Haken hier. Oh, Trite. So. Damit haben wir zumindest Trite verbundet. Hallo Yuichi. So. Was? Ich wollte dich schlagen. Ich wollte im letzten Moment schlagen, dass der kein... ...Ding hat. Falls der geliehene Zeit hatte. Aber war eigentlich Quatsch, oder? Okay. Hab ich dich. Down. Okay. Wir machen hier zwei Kills aus der Runde. Oh. Todesbote. Es ist immer wieder ein Kampf. Dieses Wildpferd. So. Und Scherp. Okay. Hey. Ich hab zwei Kills gemacht. Ach, herrje. Eigentlich bin ich zufrieden damit. War aber trotzdem auch mal wieder spaßig, ihn zu spielen. Obwohl ich jetzt sehr... ...hippelig bin, wenn ich ihn spiele. Aber das ging, denke ich, trotzdem ganz gut auf. Die Überleben haben gut gespielt. Ich glaube, die Schüsse saßen zum Teil auch. Nicht jeder. Aber dafür, dass ich den Todesboden so gut wie ihn spiele. Boah, das ist, denke ich, ganz okay. Okay. Blackpip haben wir gemacht. Ja, wir haben halt nur zwei Leute geschnappt. Aber trotzdem. Good game. Well played. Die haben richtig gut gespielt. Ich will es nochmal probieren. Ich packe euch hierher nochmal eine zweite Runde mit dem Todesboten. Also, bis gleich. Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Todesboten. Ja, und ich spiele mit den Perks Korrupt Intervention. Niemand entrinnt dem Tod. Stromstoß und Geißelhaken Schmerzensecho. Ich hab außerdem zwei Abends dabei. Einmal, dass ich schneller nachladen kann. Und außerdem, dass meine Kette, also das Überlebende, 10% länger oder mehr aufkämpfen müssen, um sich von der Kette loszureißen. Vor allem, was war denn das für eine Situation? Ich drehe mich um, sehe plötzlich zwei Leute vor mir. Sehr schön. Okay, hallo Fang. Ja. So. Schade. Die andere Fang kümmert sich. So wie es aussieht. Okay, hallo. Andere Fang. Wunderbar. Da hab ich dich. Oha. Hat im Nehmen. Zu gut gezündet. Schön gemacht. Das hat niemanden getroffen, aber den Baum immerhin. Böser Baum. Schönerbar. Ich denke mal, dass die gegriffen werden wollte, weil die andere perfekt jetzt hier in Taschenlampen-Leuchtpositionen war. Komm mit. Was willst du? Komm. Hau ab. Der Jen ist super weit. Los. Komm schon, Todesbote. Jetzt lauf. Stromstoß. Komm. Hap. Wunderbar. So. Ja. Du willst meine Aufmerksamkeit. Wisst ihr was? Stromstoß 2. Kommt zu euch. Okay. Ich hab jetzt hier keinen Schmerzens-Echogeiserhacken in der Nähe. Na, wo gibt's denn sowas? Ah, der ging voll daneben. Irgendwann, die andere wird geheilt. Ja, die wurde geheilt. Ich dachte, sie weicht nach dem letzten Moment noch nach links aus. Da kommt jetzt die Rettung. Ich hab den Vogel auch fliegen sehen. Hallo, ihr? Was? Das war wieder. Der hätte treffen müssen. Treffen sollen. Ja, und die sind jetzt alle über alle Berge. Oh, nee. Die sind alle wieder an dem Jen hier. Einmal. Moment. Dort. Okay. Ah. Stromstoß. Perfekt. Und du kommst wieder an den Haken dort. So, und Schmerzens-Echo. Los, schreit. Der ging aber auch wieder zurück. Wunderbar. Der wirft schöne Funken. Okay, schon über alle Berge. Komm her. So, komm her. Ja. Wunderbar. Und du kommst mit. Schön, dass das funktioniert hat. Und hier an den Schmerzens-Echo haken. Hepp. So, wunderbar. Es schreit wieder. Es wurde gerettet. Der Jen ist jetzt schön zerstört worden. Hallo, komm her. Habe ich dich. Einmal. Die hat ihren Insta hier genutzt. Die hat einen Insta hier gezündet. Deshalb hat sie auch kein Medikit mehr in der Hand. Deshalb hat sie sie so ganz kurz geheilt. Deshalb musste ich sie direkt mitnehmen. Weil ich das nicht zulassen will. Oh, dort hinten kommt der nächste Fang. Komm her. Oh, wie fies. Wunderbar. Der Generator kracht schon wieder. Da wurde gerettet hinter mir. Aber ob die es jetzt zu ihr schaffen? Mal schauen. Hepp. So. Ja, du bist tot. Dich habe ich down. Ich habe doch hier irgendwo auch die Mech gesehen. Mit hinten. Einmal. Okay. Es ist vorbei. Zweimal. Puh, was für eine Runde. Okay. Aber schön. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon funktioniert. Jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen eingespielter gerade. Okay. Du kommst auch mit. So. Und ich packe hier an den Haken. Und ja. Wunderbar. Damit haben wir alle bekommen. Mensch, Todesboot. Und ich spiele den halt so gut wie nie. Nö. Ich glaube, zuletzt habe ich den vor einem Jahr gespielt. Und halt. Ich habe vor dieser Runde schon mal einen aufgenommen. Um ihn mal wieder so ein bisschen reinzukommen. Aber das ging gerade voll auf. Aber. Ja. Ach ja je. Wunderschöne Runde. So. Okay. Double Pip. Wunderbar. Und das sind die Überlebenden. Sehr schön. Good Game. Well played. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen den Kommentar an. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Those sollten wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.